In einer Welt, in der hauptsächlich Partikularinteressen vertreten werden und viele Nationalstaaten immer noch dazu tendieren, sich im Wettbewerb mit anderen Nationen zu fühlen und es Bestrebungen in Europa gibt, dass nationale oder linksextreme oder rechtsextreme Gruppierungen wieder regionale Strukturen vorantreiben wollen, braucht es einen, der eine größere Idee hat und der das große Bild, eine große Vision für einen Raum wie Europa vertritt. Und deswegen unterstütze ich Martin Schulz.